Ich komm jetzt mal zu dir. Wie viel willst du pro Apfel im DM? Mach mal Linksklick mit dem Apfel auf die Chest, dann siehst du wie teuer zum Beispiel was ist. Menge zum Verkauf, Preisempfehlung, ein BM für meinen Cobblestone. Was ist Linksklick? Siehst du was für den Wert dieses Item hat? Menge zu verkaufen, null, Preisempfehlung, 130, Durchschnittspreis, 0,0. Flosserstein, mach erstmal 64, vielleicht. Angebot, B2, Braumark. Du konntest das Angebot nicht leisten, das ist so bescheuert, ich habe Minusgeld, weil ich auf die Druckplatte gekommen bin und kann mir das Angebot nicht leisten, das ist so bescheuert gemacht. Für was machen die denn so eine Druckplatte dahin, dass man Minus-BM bekommt? Wie soll ich denn jemals was verkaufen? Ja, keine Ahnung. Kann ich gleich nochmal nachfragen. Ach, ich hätte das nicht gemacht, weil ich noch ein Ding hier bin. Jo, wollte ich mir nicht leisten. Ja, das müssen wir uns dann nochmal genauer angucken. Ich habe Geld bekommen. Ich habe gerade Geld bekommen von Black P4, ist das ein Typ hier? Ich habe immer noch Minus 19. Ich habe gerade Geld bekommen, so ist wohl wirklich das ganze normal. Wenn ich Geld dafür kriege, kann ich dir ja dein Geld geben, dass du Plus hast. Ja, der Donuts. Ja, der Donuts. Und ja, das Angebot wurde erfolgreich erstellt. Wieso wird nur noch mal, dass einer kauft, oder was? ich glaube ich habe ich habe jetzt mehr brauche ich habe jetzt okay ich habe jetzt das so gut kommen. Das ist doch gut. Ich glaube Moni, Pay, dann glaube die Zahl und dann dein Name. Hey, der ist ein Exit, glaube ich aber nicht. Ach, Idiot, ich muss erst mal beenden, machen von dem Ding. So, jetzt noch mal probieren. Ich dachte mir schon wieder an, dann noch mal andersrum probieren. Hast du das bekommen? Ja, 100. Das ist eigentlich was, was wir kaufen können. Natürlich nicht verkaufen. Okay, erst mal so. 2. Hm. Okay, es funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr gut. Kann ich den ganzen Scheiß Dirt verkaufen, die mir zu viel haben. Gucken, was bringt die Kohle? Jo, dein Angebot wurde erfolgreich erstellt. Negative zum Verkauf, 0. 120 hab ich jetzt. Anfrage, nein, 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 für 5 Braumarkt, ob ich die für 5 Braumarkt verkaufen kann. Aber ich weiß gerade nicht die Itemnummer von Kohle. Da kann ich dir auch nicht helfen. Einzige was ich weiß, dass Stein 1 ist. Dann hört's schon auf. Oh, wer hieß denn Kohle auf Englisch? Äh, Kohle. Hä? Oder? Kohle. C-O-A-L. Glaub ich. Wie? Ich glaub C-O-A-L. Wüsste zumindest. Ja. Klappt. Ähm, 4 hab ich davon. Und ich will sie verkaufen für 5 BM, hat er glaube ich angezeigt. Und ja, geht das? Der Angebot wurde erfolgreich erstellt. Okay. Gucken wir mal, nee. Okay, es funktioniert. Das heißt, immer wenn du mit dem Item raufklickst, siehst du die Angebote. Kann mir nicht vorstellen, dass einer eine Erde für 1.000 1.5 Braumarkt verkauft. Naja, das glaube ich jetzt auch nicht. Scheiße, das probier ich jetzt mal. Für wieviel hat er das verkauft? Für 1.000? Hab ich ihm gesagt. Gib mal mit Erde auf die Chester, sag mal wieviel er haben will. Erde, Erde, Erde. Ich hab keine Erde. Ah, ich glaub 1.120 waren das. Dein Angebot wurde aufgestellt. Hab ich jetzt ernsthaft? Nein. Nein. Du hast 80 Braumarkt erhalten. So, so. Von wem? Du hast 16 Kohle für 3... Hä? Also ich hab hier 16 Kohle für jeweils 3 Braumarkt verkauft. Was eigentlich 48 ergeben würde. Ich hab aber 80 bekommen. Ich muss glaube 5 für 5 verkaufen. Bin total verwirrt. Egal. Steht da wieder bei dir, dass du Geld bekommen hast? Oder steht da zum Schluss bei dir das Angebot oder ähm... Was steht denn da bei dir? Bei mir hat er jetzt nicht dann... Du hast 80 Brauma gehalten. Warum steht das bei mir nicht? Warum steht das bei mir nicht? Bei mir steht zum Schluss das Angebot wurde erfolgreich erstellt. Ja, das hat da jetzt auch gestanden. Aber oben drüber hat dann auf einmal gestanden. Du hast 80 Braumarkt erhalten. Okay. Noch ein Stück oben drüber äh... Habe ich 39 auf einmal erhalten. Oh ja, stimmt. Steht auch bei 20 Braumarkt erhalten. Oh. Wie glaub ich denn jetzt? 200. Okay, jetzt wissen wir schon mal wie es funktioniert. Brauchen wir noch Sachen die man auch wirklich gut verkaufen kann. Na, ich denke mal Eisen auf jeden Fall, ne? Wenn wir es dann irgendwann mal äh... Farmen können, können wir das auch verkaufen, wa? Und zu Hause. Ach ja, da hat er eine Farm gebaut. Sehr süß. Na, aber wo wissen denn die Bäume herkommen, ne? Pfff. Geh mal ein paar Melonen schlachten. Gunt frische Wasser, Melon. Ach ja. So, jetzt mal ja was. Jetzt ist das Haus ja aber doch sehr klein, ne? Muss man ja mal so sagen. Ist ja bloß ein Anfang. Aber wenn ich jetzt überlege, wie wir drei Leute in so einem kleinen Haus hier... Boah, jeder ist ja eigentlich, dass hier so ein guter Platz... Alles klar! Ja! Sieht aber gleich viel schöner aus, wenn die Insel so flach ist. Ja? Muss man hier so viel hopsen? Nee, muss man nicht, mach ich trotzdem damit, damit ich schneller bin. Du... Was brauch ich denn für mein Haus? Was brauch ich denn für mein Haus? Brauch ich erstmal Holz? Was brauch ich denn für mein Haus? Oder jetzt steigen? So... Immer so unkreativ Ich baue jetzt noch hier ein Haus, baue jetzt mal mehr Zeug dafür Na ich gucke mir da mal noch ein bisschen was an, bei Ideen Ideen schlurzen, ja Eik, mir fällt da ja nichts ein Bin bei sowas total unkreativ Troublestone, da rein Essen Die Öfen sind hier unten Hast du noch ein bisschen Kabel? Äh, jo Nehmen wir erst zwei Stacks Lass uns mal schnell ein paar extra machen Hier oben drin, sind die Warte mal, was denn wolle hier unten Und dann ist die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde so weit behalten Alles gut So scheint es überhaupt WTF, wie schnell die Bäume hier nachwirken? Übel, ne? Ja, kann man wenigstens mehr Holz, du bist nicht so weit dafür laufen Jo Können wir erst noch bringen, wie wir so Erze erzeugen könnten? Eine Erzfarm bauen, wäre auch geil Koppelstuchmaschine Ja, das kann ja Wenn wir Ding entsetzen könnten Äh, Lava setzen könnten und so'n Scheiß Und Wasser Wurde es hier gehen Hauptsache ich bin jetzt mal Holzfäller und Miner Level 6 Wir wollen hier eigentlich Monster Ne Ähm, braucht man hier auch nicht großartig auszuleuchten Halt, Pflanzensachen musst du beleuchten, damit sie schneller wachsen nachts Sonst wachsen die ja nachts nicht Jo, ich meine, weil ich wollte eigentlich gerade den Rest der Insel noch beleuchten Aber wenn hier eh nix baut Das fällt jetzt ab Mir wäre dumm, weil wir könnten das nicht nachpflanzen Ah, Julian kommt glaube ich auch gerade Julian hat eben irgendwas auf Facebook geschrieben Habe ich jetzt aber Direkt drauf geantwortet Hallo Hallo Ach ja, schon wieder Äh, Mann, äh Danke Ah, das ist wirklich ganz vom Test gegangen, ne Ah, da ist er wieder Wann, Spaß Und, alles fit Warum nicht Weiß ja nicht Warum nicht Ich weiß Da Melonen Melonen, Melonen Was macht ihr gerade? Minecraft Minecraft Ich bin jetzt Holzfäller und Miner Level 6 jeweils Und ich kann mich nach Hause teleportieren Und nach Hause telefonieren, das kann ich auch Tja, und wer hat's erfüllen denn? Der Narkose Der Narkose Der Narkose Nach Hause telefoniert Der Narkose Gilly Suit Man Guck mal, Gilly Suit Man steht auf einmal vor mir, Alter Hast du gar nicht gesehen im ersten Moment, ne? War so getarnt? Ja, ich hab jetzt gedacht, steht ein Baum, naja Oh, ein Baum, oh mein Gott, er hat Leben Habt ihr keine Skins? Oder laden die noch? Vielleicht steht das bei dir nicht noch Ich hab meinen Skins Ich hab meinen auch Warum habt ihr nicht weitergebaut? Was ist los? Was ist denn mit dir, Junge? Wir haben gefarben und gemacht und getan, Junge Guck mal, ein Keller, du Fui Guck mal, was Chris hier gemacht hat mit der Insel, ey Tschüss? Bis zum nächsten Mal Und jetzt noch ein paar Mal